Ja, Arendt, Bale, T-Wonderbeats, so sieht's aus Respekt, es gibt immer die zwei Seiten, welche sich aneinander reiten Einige wollen mich verstehen, die anderen können gleich wieder gehen Warum können sich manche Leute nicht sehen, bis ich es begreife, wird noch viel Zeit vergehen Respekt, es gibt immer die zwei Seiten, welche sich aneinander reiten Einige wollen mich verstehen, die anderen können gleich wieder gehen Warum können sich manche Leute nicht sehen, bis ich es begreife, wird noch viel Zeit vergehen Meine Freunde, auf euch ist immer Verlass, wenn ich Probleme habe, dann zieh ich mein Arzt Ihr steht mir immer zur Seite, das bin ich krass Manchmal versteh ich es nicht, dass wir uns streiten über Kleinigkeiten Doch ich weiß, jeder hat mal schlechte Zeiten, die ich versuche wegzufalten Sie werden mich auf meinem Weg immer begleiten Meine Freunde werden mich auf meinem Weg geleiten Und die tollen News verbreiten, dass wir jetzt zusammen die Leute verleiten Respekt zu zeigen und den Hass zu verarbeiten Nach vorne sehen und verstehen, dass es nichts bringt über alte Zeiten Sie streiten, sich vom Problem zu verleiten Du sagst, das hat sich gegessen, du willst diese Dinge vergessen Jetzt helfen wir dir, also greif nicht gleich zum Bier Respekt, es gibt immer die zwei Seiten, welche sich aneinander reiten Einige wollen mich verstehen, die anderen können gleich wieder gehen Warum könnte ich manche Leute nicht sehen, bis ich es begreife, wird noch viel Zeit vergehen Es gibt immer diese Typen, die uns haten Warum müsst ihr alles schlecht reden? Habt ihr kein Respekt vor Leuten, die ihr Hobby ausleben? Warum müsst ihr eure Zeit so sinnlos ausgeben? Ihr seid wie ein weißes Blatt Es ist unbeschrieben und deshalb ist es Zeit Mehr Farbe neuer Leben zu bringen und eure Ideen einzubringen Und kommt mir bloß nicht, ihr könnt nicht malen Denn für die hab ich dann Malen nach Zahlen, ihr habt keinen Bock auf Malen? Mein Gott, dann mach halt was anderes nach deinem optimalen Bedarf Hauptsache ihr macht etwas Sinnvolles Werdet verantwortungsvoll und tretet euren Mitmenschenwürde voll entgegen Also Schluss mit dem Gehater, lasst uns gegenseitig Respekt geben und aufeinander acht geben Egal ob Freunde oder Hater, es ist Zeit zu vergeben und uns endlich die Hand zu geben Respekt, es gibt immer die zwei Seiten, welche sich aneinander reiten Einige wollen mich verstehen, die anderen können gleich wieder gehen Warum könnte ich manche Leute nicht sehen? Bis ich es begreife, wird noch viel Zeit vergehen Respekt, es gibt immer die zwei Seiten, welche sich aneinander reiten Einige wollen mich verstehen, die anderen können gleich wieder gehen Warum könnte ich manche Leute nicht sehen? Bis ich es begreife, wird noch viel Zeit vergehen Ich bin ich aber auch immer dies, meine Leute nicht wahrnehmen Wir müssen im Bezug auf jeden Fall Eben, wir müssen uns bleiben, bis ich bitte schnauhe, wird noch viel Zeit vergehen Untertitelung des ZDF, 2020